Auf geht's! Einige haben wir nach der Stadt die Jugendstadt von oben. Dann haben wir weitergeheben. Das ist ein Hohloch-Hümer, und wir haben einen Kreuzgeher geblieben. Und wir haben einen Oberbürgermeister. Und wir wollen ja mal schauen, wie die Zeit kommt. Und wir haben einen neuen Veranstaltungsgutort, bereits im Vorlauf in 56,27 in offiziehlicher Zeit.